Zusammenhalt. Wenn alle für etwas am selben Strang ziehen, dann ist das Zusammenhalt. Zusammenhalt kriegt man am besten mit Freunden hin. Vor allem, wenn man mit denen vorher eine Zusammennot hatte. Das ist das dritte Mal in drei Tagen. Hört das auch mal auf. Morgen soll es besser werden. Das quackt vielleicht dein Wetterfrosch. Meine App sagt was anderes. Morgen bauen wir eine Hütte. Als Regenschutz. Mein Onkel liefert uns bestimmt ein paar Bretter. Und jeder von euch bringt was mit. Wer ist das? Werkzeug, Nägel, Schrauben. Und wenn es morgen doch regnet? Dann übermorgen. Und wenn es übermorgen wieder regnet? Dann überübermorgen. Und wenn du noch mal fragst, fliegst du vom Platz. Und es ist ein Winkel drin. Und Schraubendreher, Hammer, Rohrzange. Eine kleine Wasserwagen. Echt? Willst du den Regen wiegen? Nicht witzig. Was hast du denn dabei? Was im Zusammenhalt der Gruppe dienlich sein könnte. Tada! Die hier. Eine Schraube? Eine Schraube? Ja. Aber die wichtigste von allen. Das ist nämlich die Schraube, die alles zusammenhält. Hä? Na, da wären dann ja auch unsere beiden Nachzügler. Da mal los, Leute. Juhu! Mach doch mal da weiter. Wolla, gib mal zwei, drei Schrauben. Das sieht gut aus. Hallo, was arbeitest du nicht? Jetzt bist du dran, Samira. Was machst du da? Das musst du mit dir zusammenhauen. Hey, wie findest du denn das? Du musst das ganz anders machen. Äh! 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 Ja! Ich hätte die Tür weiter rechts gezimmert. Ich hab das Holz besorgt. Ich hab die Bauleitung. Und ich hätte ein Walmdach genommen. Nicht so ein einfaches Satteldach. Ich hab das Holz besorgt. Ich hab die Bauleitung. Wegen dir ist alles instabil. Naja, aber er hat das Holz besorgt. Mann! Versteht das keiner! Äh! 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 Mein Gott! Das wird alles über uns einstürzen, wenn man nichts unternimmt. Und ich weiß auch schon was. Was? Mein Kasten, bitte! Hm! Danke! Hm! Übertreib's aber nicht. Er übertreibt's manchmal gern. Kenn ich von meinem Vater, Alter. So! Geht doch! Äh! Alles bloß eine Frage der Statik. Was? Ja! Äh! Nur Pyramiden bauen ist leichter. Und jetzt? Hallo! Dieses Haus ist gesichert. Oh Mann! Dieses Haus ist vor allem völlig blickdicht. Aber sowas von völlig, Alter! Der hat sogar die Tür zu gebrettert. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ist Oskar schon zu Hause, oder was? Was? Mann, Lawotni! Du bist echt noch tief begabter als Rico. Wir müssen Oskar da rausholen. Er hat irgendwas mit... Klaus! Was denn für ein Klaus? Warte mal. Oskar? Oskar? Seht ihr? Jetzt hat er Atemnot. Das macht der Klaus! Wie ist denn der da rein gekommen? Der Klaus? Die Tür ist doch zu! Oh Mann! Hallo? Seht ihr? Jetzt ist er umgefallen. Das macht der Klaus! Du meinst Klaus' Trophobie. Oskar hat Angst, wenn es eng um ihn ist. Dann müssen wir ihn schnell da rausholen. Bei drei alle anheben. Eins, zwei, drei, hoch! Oh Mann! Was machen wir bloß? Oh Mann! Ähm... Genau! Meine Schraube! Meine Schraube, die alles zusammenhält! Danke, Samira! Und jetzt... Die Schraube, die alles zusammenhält. Alles klar! Ich kenne einen, der eine Schraube locker hat. Ah! Klasse! Gut gemacht! Ähm... Mann... Klasse! Oh! Jawohl! Oh! Oskar! Hey, Spatzenhirn! Jemand hat bewiesen, dass die Goldbarsche Prinzer-Vermutung stimmt. Echt jetzt? Wuhu! Hey! Wuhu! Hahaha! Äh... Oh Mann! Mann, Alter! Bäh! Oh nein! Oh oh! Oh oh! Oh ja! Super! Voll los! Das ist so! Das sieht gut aus! Zusammenhalt! Vielleicht habe ich ja wirklich eine Schraube locker. Aber ich finde, manchmal hält man schon dadurch zusammen, dass man bloß was zusammen hält. Begut. Oh, was er total ist? Oh. Das ist so! Oh oh! Oh. Oh. Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh. Oh. Oh! Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020